und so kann ich jetzt an so sachen abstimmen ja ob ich eine neue unterhose anziehen soll mal oder oder andere sachen habe ich mir einen kaffee holen soll oder lieber ein wort gar ich habe gar kein wort doch hier aber ich bleibe kaffee meinten wort kaff ach guck mal da ist schon jemand der siebte schatten mit einer freelancer dann kann ich das vergessen mit landen hier oder der haut ab und da ist noch einer was denn hier los dann 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 hole ich mir auf gar keinen fall noch eine freelancer hole ich mir auf gar keinen fall hier sachen das ist mir viel zu gefährlich die knallen mich ab scheiß da ist eine falle da ist einer drin und dann war ich die voll und dann knallt er mich ab das kommt gar nicht in die tüte da ruhig mal lieber erstmal wieder ab und warte fünf minuten das geht nicht ja sicher ist sicher kann ich sogar noch drehen guck mal jetzt frei nicht ich hab was gelernt da 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 ich glaube ich bin ein bisschen zu kardouche geil ne da habe ich mir im youtube video abgeguckt bei einem selbst ich kann noch was lernen frei händlich habt ihr jetzt nicht gesehen aber mit 30 kmh decoupled und dann kannst du sogar dich nur umdrehen und so dann landest du genau da das muss ich unbedingt noch mal ausprobieren soll ich natürlich nicht machen wenn ich volle ladung habt ist ein bisschen kacke ne na egal hat ja geklappt wieso komme ich denn aus diesem blöden ansichtsmodus nicht raus ach du ne du bist halt nicht hier auf der plattform ne doch ich sehe deinen namen nicht ja aber ich sehe deinen namen nicht wir sind ja in einer party eigentlich egal los lass losfliegen ich komm mit nach selen wollte ich und äh diamanten holen gucken wir mal wie nah wir an dem kollegen dran landen können ohne dass er angst bekommt oder ich angst bekomme guck mal das muss er erst mal hinkriegen hier das muss er erst mal hinkriegen he 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 geil oder jetzt ich äh lob lob und dings für mich bitte da kommt noch was angeflogen ja hier ist noch was was ist denn hier los intergalaktisches freibier saufen oder was was haben die denn so ich bin ein bisschen irritiert hier drin ist niemand im hauptraum ich gucke mir jetzt die anderen räume an bevor ich hier weiter gehe ja glaube ich auch pass mal auf ich kaufe mal ein ganz kleines bisschen ich kaufe mal ein ganz kleines bisschen diamanten für für einen halben für einen halben euro der ist auf jeden fall auf uns ausgerichtet auf das schiff ausgerichtet und ich vermute mal der scannt oder so weil sonst bist du nicht so ausgerichtet das könnte interessant sein was will man damit was macht er da was macht er da weg jetzt wird geballert irgendeiner ballert was hast du nee ja der dergel hat auf die freelancer geschossen hab ich den zweiten kontakt der jetzt auf der dergel schießt äh ne hornet oje was soll man machen abhauen fliegt weiter und ist weggesprungen echt jetzt ja vielleicht hat er eine offene rechnung dann lande ich jetzt wieder dann mach ich die kiste jetzt noch voll die haben wir 305 soll ich das echt machen 305 sagen ich wollte eigentlich nicht mehr so viel ich mach nochmal so ich mach nicht so ganz viel äh ich mach mal so ich mach mal so ich mach mal so ich mach so wenn das weg ist dann ist scheiße hochdings oh was ist los ups was ist denn da passiert ein bisschen zu schwungvoll gestartet tut mir leid ich bin ein bisschen zu schwungvoll gestartet vom we won ven Nein, ich mach doch die Autoland. Bist du verrückt? Bin doch Pilot. Dann kann ich da direkt einen Roboter fliegen lassen, das Ding. Ja, guck. Nix da. Nix da. Ich will halt selber fliegen. Ich kaufe mir doch nicht Joysticks für Euro, um dann auf N zu drücken. Ja, so weit kommt er noch. So, 7. Oh, 35. Ach, das ist ja dramatisch. Wer von euch hinter pfupfigen Zupfeldupfern Wer von euch hinter pfupfigen Dupfelpfupfern verkauft hier soviel Diamanten, dass der Preis so im Eimer ist? Was soll das? 576.000. Ja, hat sich ja total gelohnt jetzt, ne? 60.000. Ja, gut. Okay, ungefähr. Kommt. Fitz Tripleberry Tripleberry. Bisschen Helm mal auf. Natürlich. Ah, guck mal, die richtige Farbe sogar. Guck mal, richtige Farbe zum Anzug. Oh, lecker. Ey, das nix schmeckt besser als so ein Fitz Tripleberry in so einem Anzug, den ich da hab. Fitz Tripleberry. You love it. Scheiße. So, gut. Dann hätten wir. Bündurch war's. Tschüss. So, gut. Bis bald. Zum Anzug. Und damenst-